hallo ich habe gerade ein paket bekommen von feelgrounds aus deutschland mit einem ganz neuen modell das diese woche auf den markt gekommen ist das ist der neue schlüpfer dieser gibt es in den größen 36 bis 46 er wird auch in vietnam hergestellt hat eine schöne flexibel sohn sehr gut einrollen gleiche sohne wie bei den anderen modellen er ist aus mit aus einer recycelten mikrofaser hergestellt der preis liegt bei 109 euro der schuh kann direkt auf feelgrounds.com gestellt werden vom material hier ist anders als beim high rise sieht so aus wie ein sport mensch